Du möchtest in 5 Minuten mit Leichtigkeit ohne Schmerzen davon hier zu kommen, dann bist du hier richtig. Die erste Übung, die wir machen, ist ein Lunch, den wir für eine Minute halten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt bleiben wir im Lunch und knicken unser hinteres Bein an für eine Minute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Als nächstes machen wir einen Lunch, knicken unser vorderes Bein und legen uns drauf und wiederholen das für eine Minute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt versuchen wir, so gut es geht, in den Spagat für eine Minute reinzugehen. Ihr könnt euch natürlich immer mit den Händen am Boden abstützen, weil ihr kommt natürlich noch nicht ganz runter. Untertitelung des ZDF, 2020 Von der nächsten Übung werden jetzt viele überrascht sein, aber ihr nehmt euch jetzt einen Karton oder eine Box und versucht euch in den Oberspit zu drücken. Und vertraut mir einfach, das ist echt die beste Übung. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt habt ihr diese Dehnroutine geschafft und jetzt könnt ihr euren Spagat... Untertitelung des ZDF, 2020